Ich mach'n Kurshau'n. Ja, gerne Ilkay. Wie immer verkeilst du viele Bonbons. Das ist sehr nett. Martin! Becker, dein Geständnis. Ja. Hey Sophia, bitte. Mich hat viel zu filmen. Ich weiß auch nicht warum. Martin, ich kann mir das noch sagen. Hat er das hier dann so weit verstanden? Ja, ist so richtig abgeworfen. Ja, Zauber, geh mal rein! Danke. Ganz einfach. Das ist geil. Danke, Sven. Danke, Sven. Danke für diese tollen Momente. Guck mal bitte. Danke. Autoplan. Ja. Das ist toll. Nichts. Ja. Danke. Wer guckt denn da? Das muss so sein. Und mach nicht so viel sinnloses Zeug, wie schaffst du das? Ach kurva ey! Hat das Ding auch tot Sophia? Nein! Ja ne? Schönen guten Abend! Zur Happy Assi-Tour Assi-Assi-Feuer! So, wie viel das ich hab filmen, das ist ein bisschen feindlich für mich, aber das ist nicht so feindlich! Also pass auf, ich bin der Sven, ja? Ich hab mir grad mit einem Punkt meine Zulassung bekommen und ich muss mit dir Deutsch und mit dir Geschichte üben! Das ist egal! Ey! Ihr müsst mit mir... Macarena oder was? Pass auf! Ich muss auf wie viel zu... Ey! Ich muss auf wie viel zu... Ich muss auf wie viel Abi schreiben! Ich will nicht ein Jahr leben auf die scheiß Schule werden! Weißt du? Ich bin hart wie in der Olle! Was? Was macht ihr denn da? Vorsicht! Ey! Macarena oder was? Pass auf! Ich hol jetzt erst mal einen... Nein! Aber wir schaffen das Abi! Ich bin morgen der Richter, Alter! Du bist aus! Naja! Hallo Sven! Sven! Du kommst morgen, ne? Hallo Sven! Geht's morgen, ne? Herzlich Willkommen hier im Allmarsgymnasium! Bitte verabredet uns einfach nicht, inklusiert mich einfach, dass ich hier sitze in der Rettung. Einfach stillschweigend weitergehen, hier gibt es nichts zu sehen, Leute, bitte weitergehen, bitte weitergehen. Noch zu ihrem Blick gesehen, aber... Zurück! So was ich mir denn da durch die Sarah? Oh boy! Das hat halt, diese ganze Beziehung hat halt für diese Jungen... Für Sie! Danke! Oh, mein Rücken! Jetzt trink verdammt, ich will auch noch trinken. Das ist egal, der wir misshandeln! So red das Sophia, kein Problem, wa? Ja, tut mir leid. Lass uns auf dem Abi mal, ich bin in der Ekelzicht, danke. Das ist die Besitzerin der Kamera. Hallo Sophia! Ja! Wie geht's dir? Hast du Bock auf Mathe? Jetzt geht's weiter mit Sophia. Mach nicht den Film alle! Ja, 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 ja. Das sind nur 60 Minuten. Ja, ja, ja. Mach aus! Ja, ja, ja. Mach aus! Ja, ja! Wenn Sophia wieder einparkt, dann kannst du dich da führen. Ja, ja. Machen wir Sophia beim Parken. Du drück wieder den roten Knopf, ne? Hallo! Franziska ist unübersehbar. Michael Lohrisch ist da. Ich kann dir mal zeigen. Ich kann dir mal zeigen. Ich kann dir mal zeigen. Steven! 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 Ich bin total dumm. Ich bin total dumm. Ich soll jetzt mal abgeben. Nehmen wir mal eine Tasche. Hier, äh, weil der David als Schufmann-Duch ist. Das sind alles so. Ha, 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 ha! Der Maul ist schon, der Maul ist schon. Der Maul ist schon. Das sind alles so. Die Kommt noch nicht. Oh, diese Birke. Die Brüole, ich bin ja. Kannst du das machen? Ich bin hier aufs Andere. Nein. Wer ist der Schufmann-Duch? Er ist der David als Schufmann-Duch? Er ist der David als Schufmann-Duch. Sof, jäh. Die stripte Charakter. So, dann musst du ihn aber dann machen. Das ist richtig. Glaser-Galvaser. Spannend. Pfeife. Post. Gesundheit. Zwei, äh... Zwei, äh... Ha, ha! Den Gesicht ausdrückt ihr jetzt auch... Und sagt, der Schmutz zahlt. Warum hast du fünf Fotos und dann schimpft der Hexer? Dann sagst du Prost Sofia. Ich fühle mich scheißen. Michu, hast du abgestiegen? Ich bin fertig, ich hab alles aufgezeichnet. Geil, oder? Hoch, kam Regen. Aber ich bin ja vorbildlich und hab's noch alles in meinem Welt jetzt. Michu schreib immer mit. Ich schreib immer mit. Hör auf. Hallo Gökhan. Kann man schon geben? Jetzt, ich guck mich auch wie Sophia, ich will dich anziehen. Da vorne kommt schon der Haino, sag mal Hallo. Haino, Haino, Haino. Weiß das, wer mein paar 30 Stunden ist? Haino, Haino, Haino. Haino, Haino. Das muss alles sein. Muss nicht... Ne, ne, also der trägt ja alles. Ein Satz von zu wenig Schirr. Ein Satz von zu wenig Schirr. Schirr.